von oben haben können wir nichts machen los ihr müsst von hier fliehen wir müssen hier durch schnauze der durchgang ist der zeit versperrt öffnet das tor wir müssen hier durch verzieht euch wir haben unsere befehle ich bin noch echt zu nichts nütze das stimmt doch nicht mit wir können immer noch viele leute waren wir dürfen die hoffnung nicht verlieren glaubst du etwa dass die platte wirklich runter stürzen wird ich glaube fest daran dass tifa und die anderen es schaffen aber so eine schlechte vorahnung habe ich trotzdem irgendwie komisch ja ich auch deshalb müssen wir gut vorbereitet sein damit wir später nichts bereuen und uns nichts vorwerfen und jetzt müssen wir tun was wir können oder ich habe keine ahnung was als nächstes passiert aber ich will später nichts bereuen müssen wir müssen die leute retten kapiert ihr hey du ich will später auch nichts bereuen müssen komm schon hier lang schnell warte zum siebten himmel geht es hier lang richtig geradeaus und dann auf der rechten seite ich hole marlene und ich bringe die leute hier in sicherheit wir haben schon mal noch ihr müsst schnell von hier fliehen und zwar weit weg warte mal weißt du irgendwas der pfeiler ist doch intakt das kann ich nicht glauben was haben diese schweine nur vor euer gemecker bringt uns jetzt nichts los leitet die evakuierung ein davor müssen wir erst die fluchtwege sichern natürlich natürlich na los macht gehörst du auch zur avalanche nur eine freundin dann sagt doch bitte tiefer dass ich draußen auf sie warte ich muss zum siebten himmel ich muss zum siebten himmel Seht mal! Oh nein! Das Ding schluckt ab! Malhele! Feuer! Schnell! Hier lang! Leid, keiner hilft? Gut, das heißt, ich muss außen rum. Verdammt! Wo sollen wir denn nur hin? Dort vorne kommt aber wohl noch durch! Es muss doch irgendwo einen Weg geben! Er langt, er langt. Das ist sie! Bin bald da! Jetzt beeil dich! Hör auf zu schießen! Eieieiei! Tut weh, was? Aber... Jetzt müssen wir stark sein! Na los! Nun macht schon! Hier! Los! Hier lang! Schnell! Da vorne! Ich bring dich hin! Woher weiß sie denn, wer Marlene ist? Oder wie Marlene aussieht? Die mich jetzt an keine Unterhaltung erinnern? Ganz langsam und vorsichtig! Hast du gesagt, oder? Die chillen hier? Die Kinder haben sich alle in Sicherheit gemacht! Das sollten wir besorgen! Dir passiert nichts! Wir müssen zusammenarbeiten! Dann schaffen wir es hier raus! Hier ist es zu gefährlich! Wir müssen zum Walmart! Hier geht es lang, Leute! Kommt schon! Vereilt euch! Jo, 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 jo! Also... Können Sie sich um sie kümmern? Ja! Betty! Wo bist du nur gewesen? Dachte Marlene! Jetzt! Raus! Das ist zu gefährlich! Aber hier! Ne! Doch hier! Ja, weil sie gesagt hat, das ist zu gefährlich. Gut, ich soll jetzt raus. Kann ich mich jetzt umschauen? Wo muss ich jetzt? Wo muss ich jetzt zurück? Ja, noch einen verloren. Spart uns Zeit. Und bei euch? Ich melde mich wieder. Den Rest überlasse ich euch. Genug gerannt. Schluss damit. Keine Ahnung. Man hat die Bar offen. Hoffentlich geht es ihr gut. Ach, dann war das gar nicht die Marlene. Marlene, halt durch, ich komme. Ach, das war ein anderes Mädel, was wir gerade haben. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendwo Lou. Na Küche wahrscheinlich. Oh, der ist ja noch. Du bist Marlene, stimmt's? Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. Das ist unser Zuhause. Das ist schlimm. Aber Zuhause ist wo. Die Familie ist. Nicht? Gehen wir? Boah! Oh... Oh! Sie hat irgendetwas gesehen? Du durftest ja so. Ja? Ja, den geruch kenn ich. Ja, den geruch kenn ich. Jak komisch kreć, o bien? Na komisch kreć, o bien. Na komisch kreć. Ich bringe dich zu meinem Haus. Da habe ich ganz viele Blumen gepflanzt. Darf ich auch welche pflanzen? Natürlich. Was sind denn deine Lieblingsblumen? Schluss mit dem Versteckspiel. Eris. Also. also viele optionen bleiben die offensichtlich nicht dir passiert nichts machen wir einen handel okay die scheinen sich irgendwo aus der vergangenheit zu kennen ich muss hier weg jetzt komm schon raus und stell dich dort vorn zwei fliegen mit einer die frage ich dich und jetzt kommt schon verdammt was war das denn bitte ausgerutscht ich habe sie zum siebten himmel geschickt um alleine zu gehen und wer denn da steckt jetzt zeigt ihr den weg also hier 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 hast du immer noch nicht genug Die Tifa macht auch noch mal schnell ihren Zusatzangriff. Ja, aber ich wollte jetzt erst hier nach hinten. Das ist süß. Diesmal komm ich mir hinten ran. Komm ich nicht ran. Wann will ich jetzt gern Feuer einsetzen? Okay. Ja, er ist tot. Oh, ich will keine Magie zeigen. Okay, ich kann auch die Treppe hoch. Oder... Arteria, krass. Arteria Meister dagegen sterben. Gut, aber gut. Wahrscheinlich. Das war nicht Feuer. Okay, ich kann jetzt hier hoch, aber ich kann auch da, wo der Helikopter ist. Ich frage, ob ich jetzt irgendwo was verpasse oder ob das das selbe wird. Da wird nicht scheiße. Das hat schon irgendwie klappt. Genau. Das andere drohe? Na ja. Ja. Oh. 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 Ich muss kurz mal. Dann machen wir mal Schwertsch. Oh. Zurück. Da kommt tiefer. Dann machst du mal Aero. Obwohl wahrscheinlich... Glitz. Das ist... Da bleibt er drin. Okay. Witz. Ich hab Bock hier auf euch. Überleben. Komm. Oh weg 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 weg. Oh komm halt hier nach hinten. Nichts überstürzen. da machen wir enden schrecken das versteckspiel ist vorbei komm raus der tief hat auch ein level ab das ist der heli ok wir müssen natürlich mal überlegen ob ich mal zurück bin warum gibst du nicht endlich auf das ist doch der weg seh dich na los hau schon ab gut dann bevor der heli rumnervt gehen wir mal durch mir ist langweilig dann steig doch mal das heli aus damit ich doch genau zahle versteckst du dich vor mir so da gehts hoch träumt schön weiter ruhig muss hier lang ok schau ja das ist ein bisschen das ist ein bisschen das ist ein bisschen das ist ein bisschen auch ihr krass Aber diesen AOE ist schon cool. Okay. Fack. Wie lange? Wahrscheinlich. Hätte keine Drohnen. Mein Gott. Seid ihr nicht. Oh weg. Komm ich nehme jetzt wieder Feuer. Feuer gegen dich. Gut. Und du bist auch. Das durch muss. Also da lang. Gehen wir hier lang? Na dann bleib halt wo du bist. So erst da. Oh ja wir müssen wahrscheinlich hier lang. Ouch was ist jetzt? Was willst du mir sagen? Dass es gefährlich ist. Oder dass der Druck steigt. Rohre langsam alle. Die Ventile. Die Ventile. Ach sie habe ich ja gar nicht mal beschoben gehört. Wie gefällt euch mein allerneuestes Meisterwerk. Umwerfen Sie mich? auf. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich muss jetzt mal schauen. Hier ist. Also wieder wegen der Rom. Oder ein Gegner. Oder ein Schwimmer. Oder ein Schwimmer. Oh ja. Wie viel. Wie viel. Wie viel. Wie viel. Wie viel. Die Meisterkale. Wie viel. Du. Ich Ernst seine Geisterkrankung. Ich muss jetzt mal gehen. Oh ja. Wie viel. Ich muss jetzt mal nicht fahren. im prinzip ganz gut zusammen machen wir noch mal im prinzip ist gut gegen ihn das war's ok hier komme ich wahrscheinlich ja da komme ich lange dann guck mal doch mal weit hier sind wieder maschinenkanonen da unten da unten nur draufhacken mit einem schlapp mit einem schlapp trädt mit dem flacken ich habe ja tiefer hat auch er er gegen luftdichus Ich mach mal kurz eine Analyse, ich weiß nicht ob ich schon... die müsste ich alle gehabt haben... Feuer... Ich kann mal Rids gegen dich... Auf jeden Fall muss ich mal ganz kurz Chakra benutzen... Noch mal Chakra... Noch tiefer du kannst und mal einen Hacken trifft gegen den Einsatz... Das versuchen... Au... Mal Chakra... Ich will jetzt meine Mana nicht einsetzen... Das ist mein Problem... Chakra... Äh ja... Ero... Gegen ihn, der ist der Tod... Zwei Hunderter hochgeglockt hat mir... Zwei Hunderter hochgeglockt hat mir... Echt... Dann machen wir mal ein Limit an... Mal gucken, ob das was bringt... Das war's dann... Okay... Ich war geil... Der ist tot... So komm, stecken... Materie... Luft... Ich will kurz nachschauen... Noch ein Level Up... Äh... Ich bin von unten gekommen... Da geht's... Da geht's lang... Hier hinten dann etwas versch... Das ist ... Elixier... Und... Und... Was macht denn ein... Elixier... Selbstständig... Äh... 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 Lass mich heilen... Ich weiß jetzt nicht wann es die nächste Bank ist. Oh, ich bin super dran. Halt! Auch nicht mehr. Ungefühlt. 700 ist halt nichts mehr. Oh, es hat sich gelohnt. Ich war relativ gut angeschlagen da. Ey weh, hier kommt jetzt eine Bank oder so. Ressourcen verschleudert. Ich muss mal nach unten gucken. Oder was? Wo ist die Bar? Wo bin ich denn? Wir sind immer noch nicht oben. Jessi! Verdammt. Ach Tifa. Jetzt mach doch nicht dein Gesicht. Ich verbringe meine letzten Minuten also mit dir. Du darfst nicht aufgeben. Lass gut sein. Ich hab mit meinem Sprengsatz so viele Unschuldige getötet. Das nennt man Karma. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Und ich werde es wieder tun. Du... Charmeur. Hey. Weißt du Claude? Ich dachte wirklich, dass wir mal alle zusammen bei Mama Pizza essen. Aber da hab ich mich wohl geirrt. Mit Jessi Spezial. Ja. Genau. Aber... Ich kann... Ach nein. Nein. Tiefer. Weint ja. Weint ja. Wollt ihr... nicht langsam los? Ich fühl mich... sonst so... was? Oh, der ist ja so... Das war's. Ich will dir. Okay. Wie ist das? das dann ist aber noch nicht ist dahin geschrieben der entscheidungs den den abschnitt geben wir uns auf fürs nächste mal macht sie gut